So, Sonntagabend, gegen 19 Uhr, ich hab ja gesagt, jetzt lose ich aus, wer das Clashbook gewinnt, also das Comicbuch. Leider nur 22 Leute, die eine E-Mail geschrieben haben, da seid ihr dann im Endeffekt selber schuld, also die Leute, die jetzt halt keine E-Mail geschrieben haben. Denn es wäre dann doch sehr einfach gewesen, hier an der Verlosung teilzunehmen. Und jetzt würde ich mal sagen, klicke ich mal drauf und jetzt werde ich mal das auswählen. Die 5 ist gefallen, jetzt muss man ja gucken, 1, 2, 3, 4, 5. Gewonnen hat Sandra, Sandra, also eine Sandra hat gewonnen und ja, ich werde mich dann bei dir melden und sie hat auch auf jeden Fall das, ja, alles erfüllt. Also sie hat ein E-Mail geschrieben, sie hat ein Bild dabei geschickt vom Creator Code MBF und ja, ich melde mich bei dir. Es kann 2, 3 Tage dauern, aber ich melde mich dann bei dir und dann schickst du mir bitte deine Adresse. Ich melde mich aber vorher, noch nichts schreiben, ich melde mich schon und dann schick mir deine Adresse. Dann schicke ich das Buch los und dann wünsche ich dir viel Spaß damit. Das war's und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.